Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie den Weg zu meinem kleinen YouTube-Kanal gefunden haben. Ich bin Bernard Craw und ich bin Schriftsteller und entsprechend ist auch das Programm auf diesem Kanal gestaltet. Es gibt Videos zu allgemeinen Themen der Schriftstellerei, zum Beispiel was verdient man eigentlich als Schriftsteller, wie es eine Normseite gestaltet, wie wird ein Exposé aufgebaut, ein paar Tipps zur Schriftstellerei als Nebenberuf oder dazu, wie man als Schriftsteller am Ball bleibt. Ich habe mich viel getummelt in den fantastischen Welten von Das Schwarze Auge und Battletech und entsprechend gibt es hier auch Videos, die diese Welten vorstellen. Bei Das Schwarze Auge handelt es sich um die erfolgreichste Fantasy-Welt im deutschsprachigen Raum und bei Battletech um ein Military Science Fiction Setting. In beiden habe ich auch Reihen verfasst, zu denen es hier Videos gibt, in denen ich diese Reihen vorstelle und auf den Entstehungsprozess zurückblicke. Bei Das Schwarze Auge ist das die Wiesenborn-Saga und bei Battletech ist es die Andurienkriege-Reihe. Zudem finden Sie hier noch Lesungsmitschnitte und andere Kleinigkeiten. Viel passiert auf diesem Kanal allerdings nicht mehr. Ich bin jetzt hauptsächlich unter meinem Pseudonym Robert Corvus aktiv. Zu diesem Pseudonym gibt es auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem Sie bei Interesse weitere Videos finden. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.